So, hier gibt es, glaube ich, auch noch was. Nee, dann ist es im zweiten Stück. Kannst du mal aufrecht gehen, bitte? Du bist in einem Haus. Nee, kann nicht aufrecht gehen. Jetzt kannst du aufrecht gehen, ja, schön. Hier gibt es nämlich noch was. Noch eins vor du. Kalkutta in Indien. Ein Elefant. From the... Kann ich nicht lesen. Wie? Wie? Wie Koi? Wie? Wie? Auf India. Keine Ahnung. Irgendwas mit... Wie? Weiß ich nicht. Ähm. Was ist das? Eine Zielscheibe. Ach, wie schön. Hier hinten war, glaube ich, sonst nichts mehr. Ist das ein Telefon? Äh, ja. Das ist ein Telefon. So. Hier kann es doch nicht mehr so laufen. Knarrt. Oh, guck mal, ein Schiff. Mit den dreckigen Fingern, ne? Schön. Sonst ist hier aber nix. Ne. So, was ist mit dir? Ja, dann, hopp. Hast gesagt, Beeilung. Ein Baum und... Wasser. Hier können wir noch einbrechen. Ah. Yes. Ich mag das voll mit diesem Ding hier zu arbeiten. Na? Lass mich verarschen. Wir kümmern uns dann entsprechend darum. Fürs Erste müssen wir... So. Ja. Mach auf. Kinderts. Wut, wut. Okay, ähm... Eine Dose. Ist hier noch irgendwas? Frachtinspektionsprotokoll. Dann... Hören wir uns das mal an. Ich hab schon wieder die falsche Taste gedrückt. Äh... Fracht. Da. Ja, ähm... Ähm... Funktioniert der Apparat? Hm? Hm? Ja, gut, ich weiß, aber wir... Ja. Ja, okay. Klar, reinsprechen. Okay, na gut. Wo ist meine Sprechstimme? Gut. Ähm... 13. Oktober 1886. Lagerinspektor 1047. Ausweisnummer S387J. Blackwall Werft. Abschließendes Inventar der Sekundärfracht. Luftschiff Ag... Agamemnon. Genau. Heckkennzeichen GFAXX. Flug nach Lakehurst, New Jersey. Am 15. Oktober 1886. Alle Container sind aufgeführt. 425 Kisten. 396 markiert. Die Fracht ist meist intakt, versiegelt und weist keine Gebrauchsspuren auf. 16 Behälter wurden jedoch als beschädigt und unsicher für die Reise eingestuft. Auf zentralen Befehl hin werden sie und die Ladung darin zerstört. Die Verteilung der Fracht nach der Ankunft und die weitere Beförderung der Güter unterliegen der Aufsicht eines hochrangigen Offiziersanbau. Lagerinspektor 1047 bestätigt die Verifizierung der Frachtpapiere. Bereit für den Transport an Bord des Luftschiffs. Warum sind von den 500, 425 Kisten 396 markiert? Was bedeutet das markiert? Das weiß ich nicht. Ich hab doch keine Ahnung von sowas. Mach auf. Die Fluchtwege bewachen. Rani, ich sollte bei dir bleiben. Es ist meine Pflicht, dich zu beschützen. Das ist ein Befehl. Ist sie irgendwas? Nö. Die ist schon rübergeklettert, die Olle. Hier rüber. Wir können durch das Schiff zum Hauptlagerhaus gehen. Ach, meine Nase juckt. So, hier ist Müll. Schöner Müll. Boah. Was ist los mit dir? Warum rennst du nicht? Na gut, dann kriechen wir hier eben lang. Hier ist aber sonst nix. Nix, was man sich irgendwie speziell angucken könnte. Gut, dann aber aufs Schiff. Was hier irgendwie gebaut wird, aber... Ich dachte, das wird verladen, das Zeug. So, auf das Schiff. Ich bediene die Kurve. Lassen Sie auf und ich hebe die Plattform an. X-Knopf drücken. Weiter geht es nicht. Okay. Was hast du? Was hast du für mich? Achso. Ich schaue mal rein. Ich sehe einige Wachen. Wir müssen leise vorgehen. Leicht alle Wasser. Wenn Sie die Rebellen entdecken, müssen wir sie ausdrücken. Ich habe einen mit Helm gesehen. Soll ich zuerst oder was? Oh no. Hochziehen! 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 Wir stürzen ab! Okay. Das ist gleich jetzt wieder dicke Schießerei und hier kommen auch, glaube ich, einige Helmspacken. Helmspacken. Äh, äh, äh. Äh, äh. Die Eindringlinge sind hier! Brich seine Lordschaft mit Sicherheit! Hier oben, äh, 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 äh. Zickel! Boah, ich hab den getroffen, das ja. Oh, du ja. Äh. Ja, schön jetzt auf die Feuer rein. Ja, das war nicht so geil. Ich muss das Helmchen treffen. Wo ist das Helmchen? Da ist es. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Jetzt ist er tot. Was ist das? So, was haben wir hier? Piff-paff. Warte da unten. Ich komme mir mal Scharfschützen her. Das ist hier eher angebracht. Madame will ja nicht schießen. Wow, er hat die Wacken voll weggeschmissen. Verdammt will ja nicht schießen. Ich habe so viel Zeit, ne? Ziel erledigt. Ich bin nicht schüttelnd. Ich bin nicht schüttelnd. Ich bin nicht schüttelnd. Ja, wer dirtisch. Da wurde die Waffe hingepfeffert. Die ist hier so quer nach hinten geflogen. Ich bin nicht unter ins Wasser. Jetzt müssen wir irgendwas anderes suchen. Toll. Was haben wir denn hier? Ich hab hier genug Leute umgebracht, müssen wir hier irgendwo bei Munition liegen gelassen haben. Ja, das ist auf jeden Fall mal besser. Oben auf dem Dach! Dann nehme ich mal meins wieder. So, der hat mich von hier... da oben. Ich wollte mich nur grad rauslehnen. Oh. Ah, tot! Schön! Ich wollte mich eigentlich nur rauslehnen, damit der kurz schießt. Aber da hat er mich schon doch getroffen. Was? Von vorne? Zylinderträger, du! Der hat eine Fernsündung! Komm, hat niemand getroffen! Ah, dann hat er die Kuh lieber gezogen. Ich stehe unter Beschuss! Ach echt? Du stehst unter Beschuss? Oh, das war knapp. Steht man noch da? Wache getroffen! Wache getroffen! Jetzt steht er noch nicht da, das ist unfair. Ach, das Dähmchen ist auch noch hier. Das ist bestimmt der gleiche, mit dem mir auch beim letzten Mal gefehlt hat. So. Wache ausgeschaltet! Ob hier hin? Ich werde beschossen! In Deckung bleiben! Nachladen muss ich ja schon. Hä, warum... Warum tut er nicht? Erstmal wieder regenerieren. Wache getroffen! Noch jemand? Mehr hat noch nicht, wir werden nochmal. Ich glaube, das war's jetzt hier. So, der wird 100 pro wieder getriggert, wenn ich da hinten um die Ecke gehen will. Deswegen sammle ich jetzt nochmal eins ein. So. Oh Gott. Scharfschütze! Oben auf dem Kran! Oh! Sehr gut! Scharfschütze aus! Das Deck ist sicher. Wir sollten weiter. Das stimmt. Ich glaube, von unten kommen wir zur anderen Seite. Das stimmt. So. Noch irgendwas? Hier ist nochmal die Zone. Irgendwas besonderes hier? Irgendwie... Weiß nicht, mega geile Waffe oder sowas? Ne. Oh! Ach, das ist dieser Granaten... Diesen... Wie nennt sich das? In Crisis hieß das Ding L-Tag. Ich weiß nicht. So Granatwerfer oder sowas. Was? Ist das noch nen vernünftigen Namen irgendwie? Wie komm ich denn hier runter? Ah, da. Aufzug. Wir sind dann wieder nach unten. Ich bin noch in der Mitte. Hier ist weiß. Jeden Moment können mehr Wachen kommen. Ah, da vorne ist der Eingang. Hm. So, da. Das heißt, hier kann man nur zu zweit hoch und runterfahren. Ah, ich hing auch, das ist ja lustig. So, haben wir hier noch irgendwas? Ah, ich dachte, da wird so eine Statue stehen. Oh, was ist das? Eine Säge, was ist das? Ich hab mir so einen L-Tag. Also Granate noch eine. Ey, wenn mir die jetzt hier schon so angeboten wird, ich nehm die einfach mal mit. Also was heißt einfach mal? Das ist nur acht Schuss, das ist mega scheiße. Das dicke Ding nur vom Rücken, ne? Na los! Sie gehen an Bord des Schiffs! Achtung! Wir müssen durch sie hindurch! So! Da unten wieder rein! Achso, mit... Ne! Auch! Da unten wieder rein! Das ist aber auf jeden Fall ein Fehler, die mitzunehmen! Ich muss nachladen! Da unten wieder rein! Oh! Das ist ja so! Oh! Das ist ja so! Oh! Das ist ja so! Da geht's so! Das war gut. Unten bleiben! Ich gebe Deckung! Flintenspezialist getroffen! Ja, Flinten-Wichser. Ziel erledigt! Jetzt hab ich auch keine Munition mehr, jetzt müssen wir irgendwas... Irgendwann looten.